Hey, AGT, Feuerwilli ist hier. Jawohl, das bin ich. Was habe ich von dir gehört? Du hast wieder in der Strecke jemanden über die Endlosseite gerettet? Alter, bist du ein geiler Typ. Du bist richtig Hammer. Mega Typ. Und wenn du in den Inangriff gehst, Alter, du hast ja mehr dabei wie der Weihnachtsmann im Hochhaus. Du schleppst da dein Säckchen hoch und hast da drin, was hast du alles dabei? Du kannst ja fast eine Wohnung renovieren. Geile Axt, Halligentool, Schlauchpaket, 30 Meter Absperreinrichtung, Erste-Hilfe-Tasche. Was hast du noch alles dabei? Fluchthauben, fehlt nur ein aufblasbares Schlauchboot. Junge, du hast ja alles dabei. Das ganze Auto ist danach ja leer. Aber du ziehst den Job durch und du bist richtig geil und du bist wichtig. Richtig, wichtig. Den AGT's. Ich muss ganz ehrlich sagen, da wird mir heiß und kalt. Richtig geil. Mach weiter so. Zieh den Job durch. Regelmäßig G26 und den ganzen Kram. Machst du locker und dann geht es richtig ab. Du bist mega. Willkommen bei den richtig geilen Leuten. Richtig geil. Willkommen bei den ganzen Kram.